Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ein Review zu der nächsten The Hooker Pfeife. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir die Medusa reviewt haben, aber heute haben wir hier die Hanso. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wie gesagt, heute das Review zu der The Hooker Hanso, eine weitere Pfeife aus dem Hause The Hooker und Leute, die häufig in den Streams am Start sind oder auch das Video zu Medusa gesehen haben, die wissen schon, meine Empfehlung bei Pfeifen zwischen 150 und 200 Euro fast immer The Hooker. Vor allem, wenn man eine Meerschlauchpfeife will, sind die The Hooker Pfeifen für diesen Preispunkt extrem nice. Im Grunde unterscheiden sich die Pfeifen nicht super krass beim Rauchverhalten. Die Hanso ist noch eine kleine Ausnahme, aber da kommen wir nochmal drauf. Aber im Grunde, Leute, die The Hooker Pfeifen für 150 bis 200 Euro oder bei der Hanso genau jetzt eher zwischen 170 und 200 Euro. Da muss man eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Es gibt die Pfeife in vier verschiedenen Colorways. Einmal hier in dem Rosé Gold, wie ich sie habe. Für mich auch definitiv der schönste Colorway bei der Pfeife. Es gibt sie noch in Gold, in Rainbow und in Silber. Da bei Silber nichts gefärbt werden muss, ist die Silberne auch 20 Euro günstiger. Die Rosé Goldene, die Goldene und die Rainbow kosten alle 199 Euro. Aber Leute, The Hooker hat fast immer 15% Rabatt oder mehr. Also schaut da mal vorbei. Ihr solltet die so um die 180 Euro bekommen und die Silberne so für 152 Euro ungefähr. Schaut da einfach mal nach. Wie gesagt, The Hooker hat da oft Rabattaktionen. Einfach mal auf der Webseite bei denen vorbeigucken. Dann wisst ihr genau, was die kostet. Gut, wie gesagt, in vier Colorways für mich der auf jeden Fall der schönste. Aber The Hooker allgemein gesprochen, ihr habt immer einen guten Durchzug. Ihr habt immer ein krasses Komplettset. Es ist immer ein sehr angenehmes Rauchverhalten. Es ist immer angenehme Verarbeitung. Es ist nicht die beste Verarbeitung ever. Aber es ist sehr gute Verarbeitung. Vor allem mehr als genügend gute Verarbeitung. Das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt. Aber ich würde sagen, wir hangeln uns einfach mal ganz normal an unseren Review-Punkten entlang. Und als erstes kommen wir da zum Lieferumfang. Und das ist bei The Hooker halt auch immer krank. Ihr kriegt die Pfeife, wie ihr sie hier gerade seht. Das ist allerdings die gekürzte Variante. Ich blende euch mal ein, wie die Pfeife noch in komplett aussieht. Ihr bekommt die Pfeife mit vier Anschlüssen und auch direkt vier 18 Achter Schliffanschlüssen geliefert. Ihr habt einen Schlauch, eine Feder, ein Mundstück, einen Kopf, einen Kopfaufsatz, einen Molassefänger. Also bei The Hooker ist es eigentlich immer ein Rundum-Sorglos-Paket. Ihr braucht eigentlich nur noch Kohleanzünder, Kohle, Tabak und dann kann es eigentlich losgehen. Die mitgelieferten Köpfe sind tatsächlich bei The Hooker besser als standardmäßig. Man kann damit auf jeden Fall erstmal rauchen. Nichtsdestotrotz, meine Empfehlung auf jeden Fall, die Standardköpfe, die mitkommen, direkt beiseite und da einen gescheiten Kopf draufgepackt. Bei mir ist es gerade der Alpaka und Somo Huacaya mit dem Kalout 1 Plus Nieres obendrauf. Und so läuft das Ganze schon deutlich besser. Das Mundstück, das ich hier habe, ist jetzt tatsächlich ein WLKX. Das ist nicht das mitgelieferte. Ich habe es gerade gesucht. Ich finde es gerade nicht. Das ist eigentlich relativ ungünstig für ein Review. Aber Leute, das ist das Standard-Mundstück von The Hooker. Ich habe hier noch die goldene Variante. Das sieht genauso aus wie das. Nur halt in der Farbe von der Pfeife und nicht in Gold. Beziehungsweise bei der goldenen ist dann natürlich genau das dabei. Ja und wenn man sich dann die silberne Hanso holt für 152 Euro in diesem Set aus Edelstahl. Das ist schon wirklich ein sehr krasses Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich überlegt, was man alles für die 150 Euro da bekommt. Und auch für 170 Euro, wenn ihr euch eine Farbige holen wollt, ist das immer noch ein sehr, sehr, sehr fairer Preis meiner Meinung nach. Und ich habe es ja eben schon kurz angeteasert, aber wir kommen als nächstes zur Verarbeitung. Und die Verarbeitung bei der The Hooker Hanso ist, wie bei allen The Hooker-Pfeifen, Überraschung, wieder angenehm gut. Das heißt, es ist nicht das Beste, was man auf dem Markt bekommen kann. So klar, eine Made in Germany Pfeife für 2, 3 oder fast sogar 400 Euro. Ja, so eine Eon Edition 4 Premium, die kostet 370 Euro. Eine Stimulation kostet auch 370 Euro. Die sind nochmal einen Schritt weiter, aber die kosten halt auch einfach 200 Euro mehr. Und dafür finde ich die Verarbeitung von The Hooker auf jeden Fall sehr, sehr nice. Für 150 Euro finde ich sie sogar extrem gut. Also wenn ihr mich nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis von der Pfeife fragt, würde ich sogar eine 9 oder eine 10 geben. Weil, ja, was will man mehr für den Preis? Das ist halt so der Punkt bei der Pfeife. Klar, geht da mehr, aber dann bezahlt man auch mehr. Und die Verarbeitung ist gut. Die Gewinde laufen nice, die Dichtungen sitzen gut, das Glas hat keine Blasen, sieht sehr, sehr schön aus. Man hat sogar ein mundgeblasenes Kristallglas hier unten, was auch immer sehr nice ist. Ich habe keine Kratzer in der Verarbeitung. Die Gewinde laufen, die Schliffe laufen. Beim Schlauch ist alles okay, beim Mundstück ist alles okay. Also es ist alles mehr als okay. Und das ist, glaube ich, auch der Takeaway bei der Verarbeitung. Für 150 Euro ist die krass. Wer mehr will, der muss auch deutlich mehr Geld ausgeben. Als nächstes der wahrscheinlich unwichtigste Punkt von einem Review und zwar die Optik. Also wie gefällt mir die Pfeife? Ich kann sagen, ich finde die Hanso sehr, sehr schön. Warum sage ich dann aber, dass es eher unwichtig ist? Ganz einfach, die Pfeife muss euch gefallen. Wenn ihr euch die kaufen wollt, dann muss die euch gefallen. Dann ist das egal, was ich dazu sage oder wie ich die finde. Für mich ist sie aber schön. Ich finde, es ist eine der schönsten Boats, die die Hooker macht. Ich finde die Farbe im Rosé Gold extrem nice. Ich finde das sehr, sehr geil, dass man die Rauchsäule teilen kann, das Taucher teilen kann, dass der Diffusor teilbar ist. Aber trotzdem alles mit lackiert ist in derselben Farbe. Sieht einfach nice aus. Meiner Meinung nach, wie gesagt, ob es euch gefällt, das müsst ihr selbst wissen. So, und dann kommen wir zum wichtigsten Punkt. Nach dem unwichtigsten Punkt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt bei dem Review. Das Rauchverhalten. Und da ist die Hanso tatsächlich eine kleine Ausnahme in der The Hooker-Reihe. Weil man halt das kürzbare Taucher hat und die kürzbare Rauchsäule hat, kann man die Pfeife halt anpassen, wie man das möchte. Zum Beispiel habe ich jetzt das kurze Taucher und die kurze Rauchsäule genommen, weil dadurch der Anzug einfach noch ein bisschen direkter ist. Und man hat nochmal ein kleineres Bowl-Volumen. Das heißt, man hat schneller den frischen Rauch in der Lunge und damit auch einen tendenziell etwas besseren Geschmack. Die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht rausschmecken. Und auch die, die es rausschmecken, da macht das wahrscheinlich höchstens 5 oder maximal 10 Prozent raus. Es ist nicht viel, nichtsdestotrotz rauche ich die Pfeife meistens auf der kleinen Stufe oder auf der kleinsten Ausbaustufe, die man so haben kann. Aber mit Diffusor, weil ansonsten blubbert das hier mit dem sehr kleinen Bowl-Volumen doch ein bisschen zu viel. Also bei gekürztem Tauchrohr würde ich eher mit Diffusor rauchen als ohne. Generell finde ich die Pfeife mit Diffusor deutlich nicer. Aber wenn ihr das so kurz habt, dann ist der Durchzug und der Anzug und das Rauchverhalten wirklich legendär krass. Also der Durchzug ist heftig. Ich habe jetzt noch die Kugel hier rausgenommen, dann ist der Durchzug absolut brachial. Also sogar auf der Durchzugsskala von 0 bis 10 würde ich sagen eine 9,5. Also ich glaube nur noch die Ocean Euphoria, die alte, hat einen noch etwas besseren Durchzug. Aber auch nicht mehr viel. Also die ist schon sehr, sehr nah an Endstufe. Es fühlt sich schon sehr nah an am Weatmen. Ob euch das gefällt, das müsst ihr wieder selbst wissen. Das ist wieder subjektiv. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr keine Kugel drin habt und die Pfeife kurz habt, dann habt ihr einen kranken Durchzug. Wenn die Kugel drin ist, ist sie ein bisschen schlechter. Aber immer noch sehr, sehr gut. Und auch wenn ihr die Pfeife lang habt, also lange Rauchsäule und langes Tauchrohr, ist Durchzug und Anzug oder vor allem der Anzug immer noch gut. Man merkt allerdings einen kleinen Unterschied. Also ich finde es in der kurzen Variante deutlich besser. Außerdem mir persönlich gefallen große Pfeifen nicht so gut. Deswegen rauche ich sie gerne in der kleinen Variante. Es ist immer noch keine kleine Pfeife, aber eben etwas kleiner. Long story short, ich finde das Rauchverhalten krass. Der Durchzug ist brachial und das Entlüften geht easy. Das Closed Chamber System greift gut. Also ich kann ja einmal, ich nehme jetzt einen kompletten Zug. Dann wisst ihr, wie gut der Durchzug ist. Ja, also kompletter Zug im Nullkomman nichts. Und wir gucken uns das Closed Chamber an. Closed Chamber heißt nur, dass es nochmal umgelenkt wird. Was bringt das Ganze? Die Bowl wird tendenziell schneller entlüftet und das Entlüften sieht ein bisschen brachialer aus. Ja, also wenn ihr einmal komplett entlüftet, kriegt ihr auch den kompletten Rauch raus. Wenn ihr nur leicht entlüftet, bleibt unten noch so ein kleines bisschen Rauch. Aber absolut nicht viel. Geht auf jeden Fall klar. Ja, abschließendes Fazit. Es ist wieder eine nice Pfeife von The Hooker. Ihr könnt wieder super viel anpassen. Ihr habt wieder alles dabei. Molassefänger, Schlauch, Mundstück, Kopf, Kopfaufsatz, Schlauch, Feder. Alles. Alles außer Kohle und Kohleanzünder und Tabak ist dabei, was man so brauchen könnte. Und das alles bei der Verarbeitung, die echt okay ist, für den Preis von der günstigsten 152 Euro. Ist ein faires Set, Leute. Ist einfach ein faires Set. Also, ich hoffe, dass das Video vielleicht dem einen oder anderen die Kaufentscheidung ein bisschen erleichtern konnte. Und hoffe, dass ihr mir noch ein Abo und einen Daumen nach oben auf das Video gebt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Eure Shisha WG.